Wie geht's dir? Ja, gerade nicht so gut. Das zahlt mich mit der Schule und so einfach nicht. Das wäre einfach super, hätte ich eine Lehrstelle. Weißt du was? Geh mal zur Arbeitsassistenz. Die können dir helfen. Ich hatte auch mal eine Phase, da ist mir nicht so gut gegangen und ich wollte den Job hinschmeißen. Die Beratung durch die Arbeitsassistenz hat mir da sehr geholfen. Okay. Die helfen übrigens auch bei der Lehrstellensuche. Was ist die Arbeitsassistenz? Mit unseren erfahrenen und kompetenten Arbeitsassistenz-MitarbeiterInnen unterstützen wir sie bei der Lösung ihrer beruflichen Probleme. Wie ich zur Arbeitsassistenz gekommen bin, ging es mir generell privat nicht so gut. Ich war deprimiert, ich hatte keine Motivation in der Schule oder generell zur Jobsuche. Und da hat mir einfach die Arbeitsassistenz geholfen, wieder ein Stück meiner Selbstbewusstsein zurückzufinden. Die BSZ-Arbeitsassistenz unterstützt Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen bei der Jobsuche. Ein Hauptbestandteil unserer Arbeit ist die gemeinsame Jobsuche, das Erstellen von Bewerbungsunterlagen und die Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch. Wir unterstützen sie beim Bewerbungsprozess und begleiten sie beim Berufseinstieg. Sie haben Probleme am Arbeitsplatz? Wir unterstützen sie, diese zu lösen und ihren Arbeitsplatz zu erhalten. Die Arbeitsassistenz hat mich sehr gut unterstützt. Es war so, dass ich durch den Arzt aufmerksam gemacht wurde, dass es hier eine kostenlose Beratung gibt und psychologische Unterstützung, die ich dann gleich in Anspruch genommen habe. Durch die Unterstützung der Arbeitsassistenz ist es mir schrittweise in kleinen Schritten gelungen, da mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu schauen und zu achten. Und mit meiner Betreuung habe ich nicht nur das erreicht, sondern wir haben eben zusammen die Bewerbungsunterlagen erstellt und mich auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet. Und dann ist eben mein Traum in Erfüllung gegangen und ich habe den Job bekommen, den ich immer haben wollte. Unsere Beratung ist freiwillig, vertraulich und kostenlos. Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Arbeitsassistenzerfahrung und erreichen Sie zusammen mit uns Ihre beruflichen Ziele.